Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Montagmorgen, 30. Januar 2016 und ich bin Martin Rechsteiner, hab die folgenden Themen für euch bereit. Gewinne, iPad, Seagate, Chrome, Fake News, Hacked Droid, Android Wear 2.0, VPN und Myst. Ja, dann stürzen wir uns doch gleich in die Themen, damit ihr gleich auch schon bald in Richtung Büro oder wo auch immer ihr arbeitet, torkeln könnt und dann mit dem Arbeiten beginnen könnt. PayPal hat unter anderem Kundenzuwachs bekommen und deutlich mehr Gewinn gemacht, sowie auch Umsatz. Genau gleich geht es diversen anderen Firmen. Wir hatten es ja in der Geek Talk im grossen Mutter-Podcast in der News-Kategorie schon von Samsung, die trotz des Node und anderen Produkten gut abgeschnitten haben. Aber auch Microsoft hat gut abgeschnitten. Das erste Mal seit 17 Jahren sind sie wieder über 500 Milliarden Dollar wert und schliessen somit wieder auf. Heisst, sie sind jetzt nach Google und Apple an Platz 3 der wertvollsten Unternehmen der Welt. Das Ganze beschert ihnen Cloud. Die Cloud boomt bei Microsoft. Was nicht so boomt, ist neben dem Computer natürlich die Smartphones, leider. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, haben sie einiges im Köcher und mal schauen, wo es mit Microsoft in den nächsten Jahren so hingeht. Da ist ja ein Riesenwandel. Und ja, mal schauen, wie wir das begleiten werden. Sieben Jahre iPad. Vor kurzem hatten wir noch das grosse Jubiläum vom iPhone, sprich das iPhone, wo vorgestellt wurde. Jetzt ist auch schon sieben Jahre her, dass das iPad vorgestellt wurde. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, wenn wir wieder jedes Mal im Januar diese ganze neue Technik hochloben können oder auch nicht. iPads, habt ihr noch welche in Gebrauch? Gerne in die Kommentare oder über Social Media. Dann haben wir eine kleine Neuigkeit aus dem Labor. Seagate arbeitet aktuell an einer 14 respektive einer 16 Terabyte Festplatte. Die kommt auch schon in den nächsten eineinhalb Jahren raus. Circa 18 Monate möchten sie soweit sein. Bis auf das Jahr 2020 ist sogar eine 20 Terabyte Festplatte angekündigt. Mein Gott, mein Gott, ich mag mich mal erinnern, meine erste Festplatte in einem Rechner, das war damals 4 Megabyte. Und das war nicht wenig. Im Vergleich zu heute natürlich nichts, aber ja, der Wandel der Zeit. Es gibt immer wieder mal Updates beim Chrome Browser von Google. Und das letzte, Chrome 56, ist mir ein ganz sympathisches, denn das hat vor allem ein Punkt drin, das mir den Browser sehr, sehr sympathisch macht. Es deaktiviert nämlich Flash. Solltet ihr Flash installiert haben, wird das damit deaktiviert. Endlich. Bei mir ist Flash ja schon lange tot und jetzt eben immer noch mehr Töter. Mein Gott, Deutsch. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Bei BR24, die machen ja Radio und Fernsehen, wie ich gelernt habe, gibt es ein cooles Video, oder besser gesagt, die haben über Twitter letzte Woche ein cooles Video verbreitet. Da haben sie drei Punkte drin, drei Tipps drin, wie man Fake News erkennen kann. Es ist doch nicht nur um Trump und all dieses Zeugs rum, gibt es Fake News auch schon länger, gibt es immer wieder mal von Krieg, also von Kriegsschaugebieten und so weiter, irgendwelche ziemlich heftige Bilder oder Videos. Und da wird ganz knapp und einfach gezeigt, wie man dann solche News, bevor man sie mit der ganzen Welt teilt, über Twitter, über Facebook und weiß ich nicht was immer, zuerst mal ein bisschen, ja, checken sollte, bevor man einfach blindlings alles, was so ziemlich brutal oder auch nicht unbrutal ausschaut, teilt. Dann gehen wir über zu Hack the Droid. Es war ja bis vor kurzem mit dem Sionicin Mod. Ich kann ihn noch immer nicht richtig aussprechen. Und jetzt, der ist ja, wie wir letztes Jahr gelernt haben, am Abserbeln. Sprich, gibt es ja nicht mehr, die Server wurden gekappt. Der Nachfolger, Lion, das kann ich auch nicht aussprechen. Ihr könnt es in den Shownotes nachlesen, das geht am besten, ansonsten wird es noch schlimm. Das erste ROM auf jeden Fall von diesem neuen Betriebssystem ist aufgetaucht, sprich, ihr könnt es jetzt downloaden. Wir haben für euch bei uns in den Shownotes einen Link drin, wo ihr direkt zum Download-Server von dem ROM kommt. Und da könnt ihr auch nachschauen, welche Smartphones mittlerweile schon unterstützt werden. Also da sind welche von Asus darunter, welche von Google, also die Nexus-Serie. Dann hat es Huawei Devices mit dabei. Motorola, OnePlus One von Samsung hat es eine grössere Geschichte. Sony und Xiaomi sind auch dabei und noch ein paar andere Firmen, die mir jetzt gerade nicht allzu viel sagen oder ich nicht auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall, wenn euch das Ganze interessiert, schaut es euch doch mal an. Ich muss mal schauen, ich habe vorher meine Ikea-Schachtel entdeckt, wo ich die ganzen alten Smartphones drin habe. Das eine oder andere wird da sicherlich kompatibel sein und dann mal schauen. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen rumbasteln damit. Mit Android Wear, ich hatte das ja, glaube ich, schon in meiner letzten Woche hier im Daily, kommt ja im Februar eine zweite Version raus. Mit mehr als einem Jahr Verspätung bringen sie das Ganze raus. Und einer der grösseren Neuerungen oder grösseren Änderungen, die da drin sein sollen, erste Leute haben das Package schon erreicht, ist eine grössere oder eine bessere Unterstützung vom iOS. Also sprich dem Smartphone aus dem Apple-Haus. Das könnte natürlich interessant werden, wenn das da ein bisschen tiefer ins System darf. Haben wir plötzlich ein paar Uhren mehr. Sprich, ich kann dann meine ganzen anderen Geräte, die nicht ein Apple Watch sind, auch mal mit dem iPhone nochmals testen und bin schon sehr gespannt, wie die funktionieren. Mein Apple Watch ist ja immer noch hinüber. Ich müsse endlich mal nach Zürich einen Termin bei Apple machen. Aber ja, die liebe Zeit. Um die geht es jetzt auch. Ich habe nur noch zwei Themen für euch. Zum einen VPN. Für all diejenigen, die das ein Thema ist. Darüber könnt ihr, ganz, ganz einfach gesagt, bitte hängt mich nicht auf an dem, eine sichere Leitung oder relativ sichere Leitung übers Internet machen, wenn ihr euch in fremde WLANs einwählt. Sei das in einem Geschäft, sei das bei einem Kollegen, Freunden oder auch im Hotel, wo auch immer ihr seid. Dank einer VPN-Verbindung könnt ihr sicher durchs Internet oder eben relativ sicher durchs Internet da ankommen, wo ihr eigentlich hin möchtet. Nun hat eine Research-Geschichte aus Australien eine Untersuchung gemacht und herausgefunden, dass viele der kostenlosen Android-VPN-Apps eigentlich nicht unbedingt das tun, was sie sollten, sprich euch anonymisieren, sondern sie spionieren euch aus. Also ganz knapp durch den Artikel durchgegangen, 75% der ganzen VPN-Apps nutzen Bibliotheken von dritten Anbietern. Zwei Drittel davon greifen sogar auf eure Texteingaben zurück, so mit Passwörtern und solche Dinge, die ihr reingebt. Ganz spannend. Und 38% der Apps führen sogar Codes aus, also irgendwelchen Schadcode, Malware und alles mögliche unschöne Zeugs. Da solltet ihr auf der Hut sein. Wir haben euch verlinkt das Paper, wo das Ganze schön auflistet, wo auch drinsteht, welche man überhaupt nicht nutzen sollte. Laut diesem Paper gibt es sogar nur einen einzigen kostenlosen von der Firma F-Secure Freedom VPN. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wer die ganze Studie finanziert hat. Ein Schelm, wer Böses denkt, aber solche Dinge passieren leider immer wieder. Auf jeden Fall seid vorsichtig, wenn ihr über VPN ins Netz geht. Nehmt da nicht jedes kostenlose Tool, was ihr habt, sondern nehmt auch vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hände. Oder wenn ihr zu Hause eine gute Anbindung ins Internet habt, es gibt Router, also Router, die ihr zu Hause haben könnt, mit denen ihr eigene VPNs aufbauen könnt. Also meine Fritzbox kann das zum Beispiel. Darüber gehe ich zum Beispiel ins Netz oder den Opera. Ich muss mal die Studie ein bisschen genauer studieren, mal schauen, wo Opera da mit drin ist. Dann zum letzten Punkt gehen wir mal in die Spiele-Ecke. Ja, ich bin nicht der Jan, Martin aus der Schweiz, und ich habe ein Spiel für euch. Ein Spiel für euch, da kommt wieder so ein bisschen Retro-Feeling auf. Denn, ja, ihr kennt es sicherlich, müsst, zumindest wenn ihr ein bisschen vom älteren Publikum seid, die ihr hier zuhört, müsst. Es ist ein Spiel, das wir früher, ich nicht, aber meine Freunde, meine Kollegen, stundenlang gespielt haben. Ein Adventure-Klassiker. Den gibt es jetzt, also es gibt schon Weichen für iOS zu kaufen. 6,99 ist da aktuell der Preis, wenn ich mich nicht irre. Für den gleichen Preis gibt es das Ganze jetzt endlich auch für Android. Wenn ihr also vom älteren Semester seid, 1993 war das Spiel übrigens aktuell, und das Spiel noch kennt und ein bisschen im Alten schwelgen möchtet, es soll, zumindest laut den ganzen Bewertungen, auch ein bisschen besser sein als Super Mario Run, was ja ein bisschen weniger gut angekommen ist und halt auch aus dieser Retro-Geschichte rauskommt. In diesem Sinne, denke ich, habt ihr wieder ein paar Themen gehabt und ich wünsche euch einen wunderschönen und vor allem einen sehr erfolgreichen Wochenstart. Geht gut in diesen Montag. Morgen bin ich wieder für euch da, hab wieder einiges an Themen. In diesem Sinne, bis bald, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.